Hat zu viel Kraft gekostet, he? Also hier, äh, da ist ein ganz anderes. Ja, ja, machen wir später nicht. Das ist mir nicht richtig, wie das Gerät. Ist mir warm. Für was brauchst du Beweise? Haus? Ich geh mal da im Flusszimmer. Bei mir am Nachtdicht. Die Unastschublade. Dort liegt ein Karton drin, wie du mit Bord. Gucke mal. Das wird aus wie 20 Uhr im Arsch. 20 Uhr. Lea. Lea? Suchst du eine Lea? Oder ist dein Name Lea? Die Ungeheiratet. Die Ungeheiratet. Die Ungeheiratet. Die Ungeheiratet. Die Ungeheiratet. Die Ungeheiratet. Die Ungeheiratet ist aber nicht so jung. Die Ungeheiratet, die Steheze staaten. Ich hab halt keinen Platz auf der externe Schicht, wenn die durch in die Rot fahren. Dann brauchst du heute Möte. Ja, ist mir schon klar. Kannst du nachgucken? Ich guck dann alles nach, stößt euch. 50! 50! Ja, der wird in, äh, wie bilder Mannheit? Absurd! Wie absurd! In 20 Tagen wird er 50. Ich hab ja gesagt, dass die leere Versprechung ist. Aber... Oder? Ist noch gebraucht? Ach Gott! Okay, ich auch. Dann erzähl mal was. Zum Beispiel, wie du heißt, wo du herkommst, wie du gestorben bist. Wie dein Leben war. Ob du verheiratet warst, ob du Kinder hattest. ... ... Oh yeah, Mike, can you catch him? So, jetzt machen wir vielleicht mal eine kurze Pause und ich melde mich später nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.